Karsten, in der heutigen Zeit hat eigentlich jeder ein Smartphone. Du auch. Kriegst du jetzt in der Phase zwischen Viertelfinale und Halbfinale viele Nachrichten? Es geht eigentlich ja. Ich meine mal den typischen Austausch mit den übrigen Verdächtigen, wo man auch in die Saison über ein bisschen Nachrichten bekommt. Aber dass ich jetzt mehr Nachrichten bekomme, ist eigentlich weniger der Fall. Und die Nachrichten, die du bekommst, was sind das für Nachrichten? In erster Linie habe ich jetzt natürlich Glückwünsche bekommen für das Erreichen des Halbfinals, dass wir echt souverän gespielt haben, dass wir es auch verdient haben, weitergekommen zu sein. Und dann tauschen wir uns natürlich ein bisschen aus, wenn die Leute aus anderen Städten kommen, wie es bei denen in der Mannschaft lief und wie es interessant ist, wie sich da alles jetzt weiterentwickelt. Gegen Bonn gab es einen Sweep. Hast du damit gerechnet, dass wir einen 3-0 hinlegen würden? Ne, ich meine, ich denke, Bonn hat sich speziell zum Ende der Saison her sehr gut gefangen, hat einen sehr guten Basketball gespielt und man rechnet sich natürlich nicht vom Beginn aus einen Sweep aus. Man muss von Spiel zu Spiel denken und ich denke, wir haben in drei Spielen gezeigt, wie gut wir sein können, dass uns im Prinzip eine kurze Schwäche vom Gegner erreicht, um uns abzusetzen und da das Spiel schon zu entscheiden. Und ja, natürlich sind wir dann jetzt extrem froh, dass es am Ende ein 3-0 geworden ist. Was in dieser Saison auffällt, ist, dass wir speziell im dritten und vierten Viertel immer noch in der Lage sind, einen Gang höher zu schalten. Woran machst du das fest? Woran liegt das? Ich denke einfach, dass wir eine gute individuelle Klasse in der Mannschaft haben. Wir haben natürlich mit Rashid, Ricky und Will drei extrem gute individuelle Spieler, die uns über eine lange Phase tragen können. Aber haben wir dann immer noch hinten Rollenspieler, wie Voidan, Nathan, mich, Franz, die dann auch immer wieder einspringen können und in entscheidenden Phasen dann ein bisschen übernehmen können oder in der Defensive die entsprechenden Akzente zu setzen. Und ich denke, das zeichnet uns dieses Jahr aus, dass wir die Qualität haben, dann auch in solchen Phasen nochmal einen Gang höher zu schalten. Was ich immer wieder höre, wenn man so mit anderen Leuten aus von anderen Standorten redet, dass die EWE Arena so eine von den am schwierigsten zu spielen Arenen sind in der BBL. Kannst du das bestätigen? Oder was würdest du sagen, warum sind die Leute der Meinung, dass das so ist? Ich meine, die Stimmung in der Halle ist natürlich extrem gut, auch speziell dieses Jahr. Die Saison ist gut gelaufen, B2 läuft immer noch gut, die Stimmung wird von Spiel zu Spiel immer besser und ich denke, da ist es für die Mannschaften einfach schwer, hier zu gewinnen. In den Playoffs haben wir fünfmal Alba gehabt in der Clubhistorie, sind jedes Mal ausgeschieden. Jetzt haben wir das erste Mal Heimrecht. Was erwartest du denn speziell von den Heimspielen hier in der EWE Arena? Ja, ich erwarte im Prinzip einen Hexenkessel. Die Atmosphäre von den Fans müssen wir mitnehmen und aufs Parkett bringen. Die Emotionen, die da sind, müssen wir nutzen, um auch aufs Parkett zu bringen. Und ich denke, wenn wir unsere Heimspielern gewinnen, dann werden wir die Serie gewinnen. Aber wie ich vorhin gesagt habe, man muss immer von Spiel zu Spiel denken. Man muss hoch konzentriert sein gegen Alba Berlin, weil Alba ist eine Mannschaft, die auch schwäche Phasen extrem gut ausnutzen können und mal schnell einen 15 zu 0 Lauf hinlegen können. Und da müssen wir echt aufpassen. Und ich denke, unser Coaching-Staff wird uns da extrem gut vorbereiten. Wir haben jetzt so viele Dauerkarten verkauft wie noch nie, haben den höchsten Zuschauerschnitt in der Clubhistorie. Und man merkt schon, dass in dieser Saison aufgrund der sportlichen Performance von euch schon so eine gewisse Euphorie vorherrscht bei den Fans. Wie nimmst du das wahr? Ja, ich denke auch, dass der Basketball in Oldenburg immer angesehener wird. Ich denke, als ich gekommen bin letztes Jahr, war es alles noch sehr verhalten und ruhig. Ich meine, die Saison haben wir als siebte abgeschlossen. Ich denke, die Erwartungen waren ein bisschen höher gewesen. Aber ich meine, klar, wenn Erfolg da ist, kommen immer mehr Leute aufs Boot, wollen die Mannschaft sehen. Und ich habe jetzt auch schon wieder von einigen gehört, dass sie zum ersten Mal beim Spiel waren und immer wieder gerne kommen würden. Und die nehmen natürlich auch diese Erfolge, diese Emotionen mit, fangen die auf. Und das freut einen natürlich, wenn dann immer mehr Fans mehr Dauerkarten kaufen und mehr Interesse am Basketball finden. Worauf wird es aus deiner Sicht gegen Alba im ersten Spiel ankommen? Ja, wie vorhin gesagt, man muss hoch fokussiert ins Spiel gehen. Man darf Alba nicht in sein Spiel kommen lassen. Alba probiert natürlich mit ihrer aggressiven Verteidigung Mannschaften zu Ballverlusten zu zwingen, um dann ihren Fastbreak zu laufen und Einfallpunkte zu machen. Und genau das müssen wir verhindern. Wir müssen konzentriert in unsere Offensive spielen, unseren Ball gut laufen lassen, so wenig wie möglich Turnover produzieren und Alba nicht in ihren Rhythmus kommen lassen. Und dann sollte es für uns gut ausschauen. Du hast jetzt in deiner Karriere ja schon in einigen herausragenden Teams gespielt und viele Erfolge gefeiert. Was macht denn das Team so besonders, in dem du jetzt spielst? Ja, ich denke, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir haben mit Ricky Will und Rashid zwei individuell extrem gute Spieler. Mit Ricky einen Leader, der uns immer führt, immer in den entscheidenden Phasen auch wichtige Würfe trifft. Und die anderen Jungs, die dahinter kommen, sind einfach gute Rollenspieler, die sich dann in die Mannschaft einfügen, in die Zahndräder sich passend dazu einsetzen, dass die Mannschaft gut funktioniert. Und ich denke, da ist keiner dabei, der sich in den Vordergrund rücken will, sondern immer den Erfolg der Mannschaft zieht. Und das macht dann die Mannschaft aus. Du hast jetzt gerade schon ein paar Namen erwähnt, also die Big Three bei uns, Ricky, Will und Rashid. Wenn du jetzt jeden dieser drei jeweils mit einem Wort beschreiben müsstest, was würdest du da sagen? Was fällt dir bei Ricky ein, wenn du den mit einem Wort beschreiben müsstest? Ricky ist einfach ein Leader. Rashid, unser Tower unterm Korb. Es ist jetzt mehr als ein Wort, aber ich meine, man braucht mehr Worte, um diese Jungs zu beschreiben. Ich meine, Rashid zeigt immer wieder von Spiel zu Spiel, dass er sowohl offensiv reboundet, defensiv reboundet, und in der Offensive gut seinen Körper einsetzen kann, aber auch ein extrem guter Passgeber ist. Das sieht man nicht bei vielen Big Mans. Und wenn man Will anschaut, der ist nicht umsonst MVP der Liga geworden, mit seiner Geschwindigkeit, wie er immer wieder zum Korb zieht und mit einer Leichtigkeit am Ring abschließt, wo jeder denkt, hey, wie kann das sein, dass der kleine Mann da so einfach Korbliger macht. Aber wer ihn halt öfter spielen sieht, merkt einfach, wie extrem schnell er ist und auch schwer zu verteidigen. Und was ist der Begriff für dich? Ich denke, über mich selber brauche ich nicht viel sagen. Das müssen andere Leute entscheiden. Ich probiere auch immer wieder, meinen Teil beizutragen, den die Mannschaft braucht. Ich denke, in Spiel zwei in Bonn hat man gesehen, dass, wenn Ryan Will unter Druck gesetzt wird am Anfang, muss ich dann in die Rolle schlüpfen, den Ball bisschen nach vorne zu bringen, die Mannschaft mit zu organisieren und da ein bisschen Akzente setzen. In anderen Spielen werde ich gebraucht, um Verteidigung zu spielen, wo ich dann vielleicht offensiv nicht so viele Akzente bekomme, aber halt defensiv einfach eine Rolle übernehme. Ich probiere die Aufgabe, die der Coach mitgibt, bestmöglich auszufüllen und schauen, dass die Mannschaft erfolgreich ist. Wie ist es denn bei dir im Inneren, wenn du das vergleichst, Hauptrunde, Playoffs? Ist das für dich anders vom Gefühl her? Ja, natürlich. Ist die Spannung höher? Wie kann man das beschreiben? Ich würde nicht sagen, die Spannung ist höher. Es ist einfach ein emotionaler, man ist einfach aufgeputscht, aber man weiß, jetzt sind die Playoffs, jetzt kann man sich keine Ausrutscher mehr erlauben. Jeder Fehler wird bestraft und wenn du drei Spiele verlierst, fährst du in den Sommerurlaub. In der Saison merkt man, wenn man ein Spiel verliert, dann kommt nächste Woche das nächste Spiel. Jetzt geht es Schlag auf Schlag, Spiel auf Spiel, maximal fünfmal gegen die gleiche Mannschaft. Es ist einfach eine besondere Zeit, die Playoff-Zeit. Du hast gerade das Stichwort gegeben, Sommerurlaub. Hast du schon was gebucht? Ja, na klar. Ich meine, man muss in einer Art und Weise schon ein bisschen planen und buchen, weil man auch Familie hat, um das Ganze zu organisieren. Deswegen haben wir unseren Sommerurlaub schon gebucht, aber natürlich weit nach den Finals. Das wollte ich hören. Danke, Carsten. Gerne.